Herzlich Willkommen zurück. Mal schauen ob das jetzt noch so auf uns zukommt. Na komm raus. Den habe ich erwischt. Den habe ich auch erwischt. Da liegt es eine Woche. Was zur Hölle? Das war mies. Okay. Das scheint ein bisschen anders zu gehen. Das ist ein bisschen durch. . Das war's für heute. Okay. Das ist schon immer her. Okay. Woah, 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 woah. Oh, verdammt. Nein, das gibt's da gar nicht. Warum zum Geier ist das so schwer? Ja. Oh, shit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Hinter dir sind die Sachen, oh Gott. Jetzt wird da noch genug. Naja. Was noch mal machen, okay. Gewesen, ne? So geht das ja so. Ist er jetzt auf der anderen Seite, oder ist das der Fall? Das ist jetzt die Frage. Hm. hmmm nur besser meine Panzer ist anscheinend doch der Feind völlig schläg nur besser nicht Drei 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 Hm. Hump. Okay. Geht sogar die Zigarette aus. Was ist das für ein mieses Level? Wer hat sich denn das ausgedacht? Was ist das für ein paar Worte? Holy shit! Das ist das für ein paar Worte. Sonst geht's euch gut, ja. Oh. Hat er mich eiskalt erwischt, war? Oh, gut, komm, dann machen wir was anders. Ich probier's noch bis dahin, die sich so krumm, eigentlich. Symbor, meinte ich. Ja, hier zum Beispiel. Ich könnte irgendwo ganz veranfassen, oder? Falls ich das nicht schon eingesammelt habe. Aber nee, das sieht gut aus. So. Ich hätte mal einen reinhauen können vorhin, ja. Hm. Zu spät. Noch einer wenig, noch. Noch einer wenig, noch. Sie standen. Erstmal die Gegend absichern. Was denn einer rumkriecht? Hab ich ja geahnt, oder? Die verdammten Sauersäcke. Mann, Mann, Mann. Aber gut. Das war wenigstens was weitergeht. Das war wenigstens. 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 Macht's gut oder besser. Das war wenigstens. Das war wenigstens.